Ja und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077 Ähm, begib dich zum Versteck Ich würde sagen, wir machen doch einfach gleich bei dieser Missionsreihe weiter Und treffen uns dann wahrscheinlich wieder mit Takemura Der jetzt, ähm Wie hieß die nochmal? Hanako? Ne, ich glaub nicht Oh shit, was überfahren wurden Ich bin ganz kurz mal da hinten Und schauen, wie es da weitergeht Und was Takemura zu sagen hat Und besser gesagt Doch Hanako So Da wären wir Verlassenes Wohngebäude Okay Ich hab natürlich wieder meine Taschenlampe installiert Die uns ein bisschen alles erhält Es manchmal doch ein bisschen sehr dunkel ist Was wahrscheinlich dem HDR geschuldet ist Aber Ja Zieht halt Besser aus Und dann brauche ich auch keine anderen Mods Die Das Lightning verbessern Und mehr FPS stehlen Das wär's Dann gehen wir mal nach oben Dann gehen wir mal nach oben Bleed Needles For P1 Donners only Okay, wir müssen hier rein Aber Holy shit No future Uh Sorry, ich muss das kurz umstellen Sonst drück ich da die ganze Zeit die falsche Taste Weil ich es vorhin woanders hatte So Seltsames Graffiti Aber dann haben wir schon den hohen Priester Nun ja Sonst gibt's hier nix Schade Und weiter oben gibt's wahrscheinlich auch nix Nope Aber besser mal Schauen als einfach Unten zu lassen Alright Aber Wie sieht's denn da drin aus? Das war ich nicht Ich weiß, wir müssen da lang Aber eben Lieber mal schauen Vielleicht findet man ja irgendein Secret Aber hier Sieht's nicht so aus Okay Dann klopfen wir mal an Ähm Hat er uns irgendwas gesagt Wie oft wir klopfen müssen? Oh shit Wahrscheinlich schon Ich weiss es leider nicht mehr Ja gut Das War jetzt doof Ernsthaft Na ja Dann gehen wir einfach gleich nach oben Ich drück F5 Ich denke mal Wahrscheinlich dreimal Oder auch nicht Und es macht Boom Sorry Das ist Ähm Ja Doof Wann halt viermal klopfen Du mir leid Zwischen den Aufnahmen Ist geredet In ein paar Tagen Vergangen Daher Weiss ich das nicht mehr Okay Okay Come inside Quick I fear They had to coach you Now are you gonna tell me what the fuck you were thinking? I used a sedative She tried to enable her tracker I had no choice I offered her some tea You kidnapped Hanako Arasaka And offer her a cup of fucking tea? Yes She respectfully declined Tell her the truth about the Yorinobu No embarrassment And state your terms clearly Perhaps to you She will listen Hm Hast du ja eine schöne Bude ausgesucht Hanako-sama Kanojo ga rei no jinnbuts des Dooku Hanashi wo kiiite aggete kudasai Gleich gleich Ich sage gleich Was ich weiss Aber zuerst Gibt sie noch Einen Laptop Den wir nichts machen können Schade Ich war da Die Nacht At Konpeki Plaza I saw Saburo Arasaka die He wasn't poisoned It's a lie your brother made up And spread Yorinobu is the murderer You must be mad to think I will listen to such nonsense Hmm There's no time to waste Why? My word means shit to you? Hanako-sama I apologize I apologize on her behalf Shut up Goro Was supposed to be honest Was supposed to be honest Well that's what I'm being Fine Maybe I am just a two-bit thief But I'm the two-bit thief that stole that fucking relic off you Slotted it in Took a bullet to the brain Died You Died Oh yeah Now I'm stuck with Johnny fucking Silverhand in there And I'll do anything to get him out So I got exactly nothing to lose But you got lots Hanako-sama This is living proof of the terrible crime your brother committed We can confirm every word she speaks If only you will help her with the relic Hanako-sama Don't say anything Tell me what Oh fuck I got a bad feeling about this Oh yeah Oh yeah oh shit oh shit oh shit holy shit Was? Alter, das ganze Haus stößt da hin. Das muss ich ganz kurz mitnehmen. Die sind zwar mitten im Gefecht, aber ähm... What the hell mache ich hier? Oh fuck. Okay. Na ja, wenigstens zwei. Shit. Go, go, go! Go, go, go! Mein Gamepad geht gerade richtig ab. Ah fuck. Die hacken mich. Ich fähre gerade auf. Ich muss ganz kurz, sorry, etwas umstellen. Sonst komme ich da mit der Störung gerade nicht klar. Ähm... Ich habe die Granaten auf der falschen Taste. Ich bin mir hier. Ich bin hier, meine ich! Ich bin hier. Das ist mir gerade. Ich habe sie vor insulin. Ich bin hier. Ich bin hier. Ist der Chipot? Nein. Jetzt ist er tot. Müssen die mich hacken? Ich habe keine Ahnung wo die Waffen sind, sollte mir theoretisch eigentlich egal sein. Und wir müssen hier so schnell wie möglich raus. Natürlich trage ich jetzt zu viel. Ernsthaft. Ich müsste wieder mal aufräumen. Wir haben so viel Stuff mit dabei. Unglaublich. 397 von 400. Die Smart Waffen kann ich zerlegen. Den brauche ich ja nie. Nur wäre es eigentlich noch cool, wenn Symbol da wäre. Damit man sieht, welche Waffen welche Kategorie haben. Aber ist leider nicht der Fall. Und die macht zwar schön Schaden, aber ich finde die Schussrate irgendwie weird. Weil sie zwei Schüsse abgibt auf einmal. 87. Das finde ich ein bisschen komisch. Von daher kurz schauen, ob wir irgendwas anderes haben. was gut ist. 84 Revolver könnten wir eigentlich auch mal probieren. 102 Schaden. Wow. Okay. Nehme ich mal. Die Waffe ist gut. Die Schrotflinte macht 305 Schaden. 309. Why not. Versuchen wir mal ein paar andere Waffen aus. Und der Draht ist zwar cool. Aber mit dem kann ich mich irgendwie immer noch nicht ganz befreunden. Also mit Anfreunden, so meine ich. Ich weiss wir müssen da runter, aber wo geht es hier hin? Irgendwo nach oben, wo es nichts gibt. Was aus der Stadt? Ich hole mir das Gamepad. Ich hoffe man hört das nicht unbedingt so gut. Ich hole mir das Gamepad. Ich hoffe man hört das nicht unbedingt so gut. Ich denke sie machen diese Motel, besonders für Royal Fuckups wie uns. A.C. Busten. Dirty needles unter der Mattress. Shitters clogged. Es ist schade. 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 Es ist schade, wie ein Motel im Hintergrund von keinem. Ich sage dir, wer... Ja? Shut your gonk mouth! Please. Saying random shit ain't gonna help anyone. How the tables have turned. Johnny! For Crayta! Now we're the ones sitting around waiting for Sokka Assault Squad to storm in. Anyone knocks, blast the fucking door. No warning. Not keen on us ending up like Takamura. Hear that? Car. At this hour in this place? Fuck. Just one? Finger on the trick, V. Not a word. I have a message for V. Are you asleep? Try to wake up! Wann nicht aufstehen passiert irgendwas? I know you're in there. Are you asleep? Time to wake up! Okay. Wahrscheinlich passiert nix. I know you're in there. Don't touch that door. No contact, Hannah. Are you asleep? Time to wake up! I know you're in there. Who's there? Who's there? I said, who's there? Ugh. Want the whole motel to here, or will you let me in? I'm armed. Don't try anything. Finally. Ugh. That on the wall, is that blood? Yeah. Knocked the last star off this dome. So? You were saying? Got a message? Sitting right here. Ugh. It'll start soon. What'll start? It's a doll. Or a proxy. I must make one thing clear. I still think you are mad, but... Hanako? That you? But I can fool myself no longer. I believe you. How'd you find me? Did you really think it would be enough to leave the city? Takamura mentioned he had placed a tracker on you. Yet, even had he not, when Arasaka wishes to find someone, it finds them. Porcelain, bitch. Damn shame you didn't believe me earlier. Goro might have still been alive, had you? If you invoke his name, remember he did everything for this conversation to happen. That demands respect. Fine. You're a nobu planted at Tanto in the corporation's very heart. I must act while the wound is fresh. And you will help me. You are living proof of his crime and treason. Decided already, is that it? You're in no position to set conditions. And what if I... Obliged you to cooperate? Have to send a swarm of proxies to do that. This here, talking, is because you're alone. You don't have anyone else you can turn to. This is true. So what are your terms? Wanna know everything you know about Mikoshi. Mikoshi? One of my father's flagship projects. A data fortress with servers situated on orbital stations all around Earth. Think of it as an archive of personality constructs. Digitized psyches. Try a prison. A matter of perspective. In any case, that is not where you will find salvation. Not without extensive knowledge of the relic and the construct creation procedure. Is there a problem? Is there a problem? Is there a problem? All I know about Constructs is that one of them is out to kill me. I got no idea how it wound up on the relic. Or how to remove it. There is only one possibility. Soul killer. Or rather it's newer, more powerful version. You must acquire it. Me? That's Arasaka Tech. Technology my brother does not allow even his closest associates to touch. My hands are tied in this matter. Track down your runaway. Hellman was hiding under Kang Tao's wing. We chatted. Think sooner or later the engram will completely consume me. Process can't be stopped. A surprisingly deterministic conclusion for a man of science. At the very least. Got my hands on the relic schematics. Got detailed information about its inner workings. Project tech documentation. All useful. Even more so given that Hellman is still alive. I will contact him and explain that one does not leave Arasaka by the back door. That's about the extent of what we got. What now? I am sending you my private line. Contact me if you acquire more information about soul killer. And only then. From this moment onward, we both must exercise extreme caution. Uh. Well, that's my job done. Know what? What? I think I'd rather had a wave of soccer leads barging here. Got what we wanted. Don't tell me that proxy got to you. Fuck you. Come on. Think about it. Yesterday, Hanukkah was living in a world that was completely safe for her. Know what she got on her hands now. Foreign city. A homicidal brother. And a fucking thief. It's why she sent a proxy. She's alone. And she is shitting herself more than we are. Uh huh. Clink. What? Did you say clink? Mhm. Sound of her attaching her leash. Hmm. Ja gut, Johnny hat schon bisschen recht. Search and destroy. Mission abgeschlossen. Hmm. Sie hat uns schon bisschen an der Leine. Denn sie ist die einzige, die uns helfen kann. Und wir sind wahrscheinlich die einzige, die ihr helfen kann. I don't know. Schwierig. Alter wie hässlich. Naja. Ich würde sagen, das war's jetzt mal von dieser Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues. Sky high rate of violence. And more people living below the poverty line than anywhere else. And more people. Alt運 riel. I'm so sorry. Des Peach high rate of violence. At the time of community können we can't miss out there. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020